Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es mal ein kleines Event. Und zwar seht ihr schon, in meinem Backpack habe ich vier Itempakete drin. Diese werde ich in der Welt von GTM verstecken. Das erste Itempaket, die zwei Jetpacks, befinden sich in einer dieser Truhen. Vielleicht wisst ihr ja, wo ich hier gerade bin. Ihr seht aber, es gibt zwei Itempakete mit Jetpacks. Das zweite Itempaket, wo ebenfalls zwei Jetpacks drin sind, befindet sich in diesem Industriegebäude. Nun gibt es noch die Wingsuit mit dem Katana und zwölf Flammenwerfer. Das Itempaket mit der Wingsuit und dem Katana befindet sich in diesem Gebäude. Die zwölf Flammenwerfer sind hier zu finden. Dieses Video nehme ich ungefähr eine Woche vorher auf. Kurz bevor es online kommt, werde ich die Items in die Truhen packen. Ich wünsche euch viel Glück und vor allem Spaß bei diesem kleinen Event. Das war es aber auch schon mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen richtig entspannten Tag. Bis dann und ciao.